Das war doch ganz anscheinend doch richtig, dass recht sehr leichte Kurs war und lieber leicht rumluben als zu sterben, meine Devise. Ich habe auch schon wieder nur noch zwei Leben, das war am Anfang deutlich mehr. So, was bewegt sich da? Ich will ja hoch. Ah, hoffen wir mal nur. So, ich mache jetzt erstmal platt. Und ich will eure Sterne haben. Zack, danke schön. Oh Gott, da kommt noch einer. Skandal. So, da muss ich anscheinend drauf, um hier weiterzukommen. Also, Hüpfer auf, Rieschen. Danke schön. Dann hier, hier komme ich wahrscheinlich noch nicht lang. Oh Gott, Alter. So, wie haben wir einen Schlüssel? Ey, was, 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 was bist du denn? Nicht schön. Na, ich springe in den Tod. Ich glaube das doch nicht. Och Mann. Ähm, ich möchte hier hinten gerne in den Game Over gehen. Zack, 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 zack. Aber ich bin kurz vor einem neuen Leben. Denn dies ist auch schon mein letzteres. Ich hätte gerne jetzt noch einen Backup-Leben. Das wäre doch sehr angenehm. Finde ich. Ähm, so, hier haben wir nochmal drei Sterne. Das war noch nicht für ein Leben reicht. Aber... Immerhin. 97 Sterne. Hier kommt gleich noch einer, genau. Da hinten ist auch noch einer, den nehme ich auch mal mit. Ach, die spawnen hier alle neu. Das ist natürlich nicht so schlecht. Ich meine, Leben zumindest. Egal. Den einen Stein kriege ich schon noch woanders. Erstmal möchte ich hier meinen Aufzug nehmen. Komm. Komm, 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 komm. Und da ist er. Nein, das gibt's nicht. So, das ist ein Leben für mich. Und irgendwie bin ich eben anders gegangen. Ich hoffe, ich brauche jetzt hier nicht den Schlüssel. Alter Schwede, was mache ich denn hier überhaupt? Oh. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich gelangen muss. Ähm. So komme ich ja scheinbar nicht so einfach hoch, oder? Oder vielleicht mit einem... Ja, so komme ich hoch. Ah, alter, bleib mal stehen. Das mit dem stehenbleiben habe ich bisher noch nicht so ganz hinbekommen. Okay. Interessant. Ey, wieso kann ich nicht treffen, oder was? Und Skandal. Weiche ich halt nur aus. Und wieder so ein komisches Hirn-Alinien hier. So, blick ich. Nach unten. Zack. Oh Gott. Ach so, hätte ich das Ding vielleicht vorhin auch benutzen können. Das hätte es vielleicht einfacher gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Boah, leck mich vom Arsch. Aber hier, wie ist jetzt? Fünf volle Herzen. Oh Mann, wie soll man das denn machen? Oh, alter. Oh nein, es kommt da oben auch noch einer, ey. Ich gehe krachen, ey. Und Trevor. Ach, ich bin auch ein Idiot, ganz ehrlich. Wieso, ich konnte ihn auch eben treffen. Oh Mann. Ach, ist das nervig. Ich fürchte, ich mache hier noch mal ein kleines Päuschen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ich glaube, ich habe einen Trick gewonnen. Wir können hier die Kugel in blau machen. Und dann greifen sie auch unsere Gegner an. Ist das nicht schön? Ich würde sagen, das ist sehr schön. Denn so habe ich doch deutlich weniger Stress hiermit. Okay, hier haben wir nur einen. Oh, das ist ja dumm, aber egal. Ich komme hier aber wieder aufgetan. Und hier komme ich aber rüber. Oh, wie schön. Das war eng. War eng oder sauring? Und noch enger? Oh. Ah, verdammt. Uns verletzen sie weiterhin. Und nicht zu wenig. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Und noch drei Herzen übrig. Na. Nein, ein Zwischen-Schräg-Schräg-Endpass. Ich habe nur drei Herzen. Was muss ich machen? Hilfe, was muss ich machen? Ha, 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 ha. Gutes Häschen. Du bist stärker, als ich gedacht habe. Ich habe... Verwressen? Was immer. Oh, Ritter der Dings der Ära. Hey, wo ist Prinzessin Babs? Ich werde sie zurückbringen, wenn du mich besiegen kannst. Versuche es. Und nimm meine Paralyse. Diese Gun-Waffe. Wie auch immer. Ich warne dich. Nicht. Äh, unterschätze nicht meine Kraft. Oh Gott. Ah! Nein. Okay, alles klar. Ich habe es glaub... Ich glaube, ich verstanden. Oh. Oh nein, ey. Das ist gut, ey. Oh nein, ich bin tot. Ähm. Abverstanden. Und leider habe ich das Game Over. Und deshalb spiele ich wieder ein kleines Stück alleine. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim Endwas. Oh nein, ich muss ganz hier hinten wieder anfangen. Ähm. Wie gesagt, ich möchte euch da noch nicht langweilen. Deswegen skippe ich. Und bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Am Endwas. Hat ja auch gar nicht lang gedauert. Na gut. Aber wir haben viel Leben und volle Herzen. Und ich glaube, das sollte doch jetzt mal machbar sein. Ja, was hat das? Ähm. So, da sind wir auch schon wieder. Das hat auch gar nicht so lange gedauert. Sag ich mal. Äh, wie wir es hier leben. Voll Energie. Ähm. Damit sollte es machbar sein, den Kollegen hier zu besiegen. Und zwar habe ich es auch nicht geglaubt, kapiert, wie es funktioniert. Also, er furt von seiner Waffe rum. Wir müssen von seiner Waffe trennen. Wir können die Waffe andersrum drehen, sodass wir ihn treffen. Oder beziehungsweise, dass die Waffe ihn trifft. Das ist auch schon alles. Cool. Zeig. Und? Okay, ich kann nur so auf der Waffe... Bäh, auf der Waffe... Bäh, auch mich bewegen. Oh Mann. So, das klappt doch eigentlich ganz gut, wenn ich mir einfach aufstelle. Oh Mann. Etwas hakelig ist die Steuerung schon. Ah. So, Treffer. Und einfach auf der Mitte stehen bleiben. Dann läuft das eigentlich. So, nochmal getroffen. Und? Okay, jetzt wird er wirklich hier entscheidend wieder ran. Ah. Treff ihn. War es das schon? Zack. Du bist erschüttert. So, ich hoffe, das war es. Denn ich habe noch ein Herz. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wuhu. Dann nochmal die Prinzessin retten. Oh mein Gott. Thank you. Oh nein. Oh nein. Basta Bonnie. Yay. Wie kann ich jemals das wieder gut machen? Du bist wundervoll. Stark. Gut aussehend. Cool. Und? Der größte? Oh nein. Stopp, stopp, stopp. Wie lange soll das noch gehen? Yay. Lasst's aufräumen und nach Hause gehen. Warte. Das ist nicht das Ende. Das ist richtig. Auf geht's. Das war's auch schon wieder mit Tiny Toots Adventures. Ein sehr kurzes Spiel, aber doch irgendwie lustiges und auch gar nicht so leicht. Also... Wow. Einige Stellen hatten es wirklich in sich. Und das war jetzt auch noch ein mittleres Schwierigkeitsgrad. Das heißt, es geht noch eine Stücke härter. Was mir so doof ist mit dem Minispiel. Wir haben aber nicht mal alle Minispiele gesehen, weil ich doch sehr oft Bingo spielen musste. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mal Ideen habt, was wir Let's Playen sollen. Vielleicht auch von Super Nintendo oder anderen Retro-Konsolen. Dann haut es in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht oder eine E-Mail. Und wir schauen mal, ob wir da wirklich Lust drauf haben. Denn wenn wir Lust drauf haben, macht natürlich auch keinen Sinn. Aber ja, wir sind für Vorschläge immer offen. Und ich lasse mal noch den Abstand laufen. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas kommt. Ich spule mal etwas vor. Ja, presented by Konami. Vielen Dank an Konami für dieses Spiel. Ja. Congratulations. Teste jetzt deine Fähigkeiten im Challenge-Level. Das schauen wir uns doch nochmal an, oder? Komme ich hier... Äh? Soll ich zurückgespult? Das wollte ich nicht. Komme ich hier irgendwie raus oder muss ich resetten? Scheinbar muss ich resetten. So. Äh. Ich hau mal den Reset-Knopf an. Und was war das Challenge-Level? Okay. hopeless. Das ist der schwierige Modus. Den möchte ich nicht mehr testen. Denn das Ganze hat mir jetzt gereicht. Und ja, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann schon im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao.